Es wird bestimmt eh wieder EE. Oh ne, dugout. Krass. Schmitz-Katze ist Baker. Schutzraum. Ich bin Maik. Oh, wieder die längste Fahrtroute, wie ich's hasse. Ich muss die genauso fahren wie eingemalt, ich bin die alle abgefahren. Ich glaube, da habe ich mich im letzten Club total verfahren, weil ich die falsche Scratch-Offnung hatte. Eure Marker setzen, bitte. Folie verteidigt, wo ihr angreift, ob ihr gar nicht spaced. Wo ist der NG, ja? Gute Frage. Da ist der NG, aber auf ping ist der Ex. Den Marker finde ich spitze Lucky. Das war noch nie gebläußt, ey. Zeit, oder? Wie bitte? Ja, ja. Da hätt's mit Hammern sollen, eigentlich, ne? Ah, ja, ja, ja. Sorry. Hab ich verrafft. Also, wir werden schon vorher rausspringen, falls wir da irgendwie einen Tag-Viening entlegt haben. Aber wir können ruhig durchziehen, und zwar die ASI voll. Geht rein in Wärts. Ich bin schon in Ordnung, eigentlich. Ich bin auch in Ordnung. Wir wollen, bis drücken. Ich denke, ich bin gerade nicht dran. Wir nehmen erstmal den SUV in den Eintritt. Geheция passen. So, sie sind alle drin. Als Ruhe, wartet. ich bin im spiel darüber über den voice-chatten quatschen ja ich gebe ja danke so viel fix und so mal gucken jetzt hier wie das war ja hier links pack enge kurven alter was macht der ich fahre bremst du mal wieder warum ja weil die mich schon anschein du hast immer vergessen dann habe ich kurz angehalten haben wir zwei fahrern im squad oder was ist ja geil alter bei mir lagts die huli alter hart gesurft grad mit dem gras springst du da ich spring nicht raus ja irgendwer muss raus springen die gar nicht waren mit dem supplier wir haben doch hier noch einen squad leader an wort oder ja extra aber haben wir einen supplier an wort ich bin supplier aber ich weiß nicht ob meine supplies schon ready sind ich bin supplier aber ich weiß nicht ob meine supplies schon ready sind hättest du einmal mit die weg hau gelaufen und so du standst doch bei dem supplybau und scheiß da mit dabei oder Nodesbau meine ich du bist ja auf jeden Fall ready ja stimmt ist denn gleich auch ready i was born ready ja einer muss raus springen auf jeden Fall ich würde es auch machen aber ich fahr halt den scheiß truck ja und um den truck fährt falsch von den Lappen und um den truck fährt falsch ne das ist wahrscheinlich der der das ist Lack um die fährt falsch hier jetzt raus springen und ne gar nicht bauen oder was ja ja hier am rand hier an der Ecke ja wir bauen noch einen supplier damit springen einen supplier raus nein H7 äh E7 du hast nicht den supplier raus ja ich bin raus ich bin raus ich bin raus ja was den supplier man mei oh mei oh mei hier sind ja zwei trucks ne hier sind ja zwei trucks ne hier sind ja zwei trucks ne ja 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 ich seh schon dog jake item option aufpassen arty shells so Jungs ihr könnt langsam rausspringen und euch verteilen ist gleich in Station naja ja ich lege einfach hier nochmal ab Kraya und Jake macht perfekt ab in der Wege oh fuck holy shit draw ich wollte gerade rausspringen und hat es mich noch zerrissen ja macht euch schön breit im hardcap denkt da an die gegnerische arty Kraya und ist stationär wir haben einen tank of negat auf Kraya kommt rüber leute äh auf Kraya kommt rüber leute Hansa haben wir haben wir haben wir haben wir keinen äh hier ATeler ne oh ihr seid tank tank klop klop ist nur ein steward tank baker charlie Co auf Kraya ist rüber ihr seht es auf der Karte auch ping ist viel BK1 von Tremacho den feindlicher Truck auf dem Attack Marker haben wir ein paar Feinde anbringen steward hier auf ping immer noch kommen wir aber nicht hinterher okay den ruhig wie ein wilder ja da war leute schön in den in den in den softcap gehen wir haben Zeit steward micmarker oder scout tank direkt haben wir OP weggebompt ja der haut ab der haut ab der haut ab der haut ab scout ist raus spurt ist weg explot ihr könnt auch mit bei explot rein wenn ihr dort vorne weiter spawnen wollt der hat dort vorne einen Außenposten äh buffer ne ich mein badger ich mein badger explot ist äh charlie naja Jungs dann bewegen wir uns noch in Richtung Verteidigung nein alles gut alles gut alles gut äh sobald ihr softcap gekürt habt scann ruhig ein zwei Leute von euch da auf dem Haus und bei den Häusern da bleiben wenn ihr da gute Sicht habt ich bin Mike mit dem Soundcamp setzen oder? ja das sollte von dem Platz her passen da ungefähr ich bin komplett neu gespawnt aus dem Rundestand deswegen sollst du halt wechseln ja alles klar da bin ich vor dir rein ok atme hier explot machen wir bitte dein dein ja wenn ich tot bin ich hab's doch panther feindischer greyhound rechts von dir milphanther rechts von dir direkt rechts feindischer greyhound er kommt hinter dir ja ich seh ne rechts nicht links der ist jetzt direkt hinter dir ah ne fehler hink 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 Ich hab gespiegelt, so Garni steht im Cap Da kriegen sie ein Fire Supplies runtergegangen Ich hab meinen OP jetzt mal rechts hingestellt neben der Cap Ja, ist ok Super Ich bleib beim Lut, wenn ihr da irgendwie ne Garni stellen könnt, Expo Da ist kein Atemator Ab, er ist geschaltet Ja, wo, 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 wo Oh, Jake, da kann man reichen Shades von mir Expo blocken Supporter, Leute Ich blocken Support, ich soll da ne Garni öffnen Ja, ich mach den Support Jungs, ich brauche auf Bewegungsmarge um einen Flyer Sieht richtig gut aus, wunderbar Ich komme Also, wünscht sich hier vorne am besten eine Array sind die Garni, denn man kennt das in den Field, as fuck Ich bin die Katastrophe Alles da, dann besetzt sie nicht Ihr müsst das selber nach eigenem bemessen Wenn's nicht klappt, macht's nicht Guck mal Ist alles so bleib, dass wir da auch Supplies hinkriegen Weiß ich, ob wir die brauchen jetzt Ja, bis ich da bin, sind sie eh ready Charlie, brauchst du die Garni da? Mach ich Mach ich Ja Warni, surprise nicht Charlie macht das Okay Warni, lebt bei mir Ich hab so das Gefühl, die Gegner sind Würstchen Steht auf, steht auf Ping in Tank oder was ist das? Ich seh's nicht Panzer auf Roger, genau Warte, ich schau mal Nee, das ist Das ist nur irgendein Schrott Bist gespiegelt, Marker runter Last Stand in 20 Sekunden, Leute Ich latsch mal bis er mit bei ihm vor Von mir Infantrie Ich weiß, dass das so geht Das ist alles sehr sauber aus, gerade Ja Partner 66er hinten Auch Ähm, Wassermacher C4 Da war gerade einer auf Ping Den hab ich gerade erschossen Ja Wunderbares Garni-Netzwerk, Leute Richtig stark So weitermachen Squealer, wenn Hilfe braucht, Schrei Alles gut Panzer Mike Marker Wir brauchen noch T-Shirts und dann noch im Squad Wir haben hier einen Schirm mit dem Marker Wir haben so ein Super Garni-Netzwerk Setzt euch schön im Norden fest Auf die Fendmarker Auf die Fendmarker Ja, das wird schön unten Dich das nur ein P3, Expo, ein AT und ein Mgler haben Auf der Movemarker gehen Vorräte runter Ja, deswegen hab ich den gesetzt, ja Ich hab den AT rausgepackt Von mir auch Okay Ich setz mal in den Weekend rüber Über die Vierer Linie Auf der Karte Infant Bravo Garning Marker Kamm feinlich in Vorräte Ich gehs mal angucken Mögliche Garni-Netzwerk So, wir sehen die Feine auf der Karte, Leute Last Stand ist an Jo Arty Wuchtel Guck gerade aufs Clara, Leute drauf auf dem Map, wer's kann Ich mach euch mal grundsätzlich so ein Move in datac Marker Da steht ein Also das steht ja eh nicht bei mir, dass man zeigt Naja, supporten, supporten, sind wir dann Bombing-Rank von über die Artie, die Team-Position müsst ihr wieder einnehmen auf Defend-Marker Panzer Mike-Marker, steht Ist ein 76er Time, gut Rob-Rank Unsere Irgendwie ist das ganz chillig, einfach nur unter Hecke zu sitzen und Leute zu erschießen Also Jay, der Garni-Marker stimmt nicht Der Garni ist abgefahren Ich hab den gespiegelt Mein Marker ist drauf, alle Tank-Marker bitte runternehmen Ja, ja, wenn ihr ein OP setzt Also ich kann mein Marker nicht mehr löschen Das sind zu viele andere D7 in die Garni Da kommen grad Vorräte runter D7 in die Garni, bitte Da kommen eigentlich Vorräte Der Explosives kommen jetzt bei dir als Supplier rein Jo Ich hab voller Feinliche Vorräte runter, ich hab's nicht genau gesehen Erholt ist sauber, bitte nur eins Quad rein Und ein Airhead kommt bei mir runter, bei mir kommt ein Airhead runter. Feindlicher Airhead auch bei BK, ich mach Marker. BK gar nicht Marker, Feindlicher Airhead. Also bei euch da, wo ihr gerade gesponsert seid, waren Feindliche Vorräte und da auf meinem Marker kommt der Airhead runter. Ja, ja. Da müsst ihr direkt bei euch runterkommen da. Ja, das ist ein Spons. Ja, ich seid vielleicht klar. Soll ich hier hinsetzen? Mach mal außen posten, einfach an der Hecke. Das ist weg. Airhead ist weg. Airhead auf dem Boot. The Blaze liegen. Ah ja, geht ruhig für euch. Ah ja, halt hier im Mitteln. Nach am Westen, der SA ist. Da habt ihr dann eine Area komplett voll ab. Könnt ihr auch noch 2-3 in Air entschicken als euer Sport. Senz, wie sieht es da hinten aus? Im Moment steht immer noch, aber er zeigt uns jetzt gerade mal. Ah, er trägt nur zu uns. Alles frei soweit. Senz, das habt ihr da doch Feindliche Vorräte gefunden an dem Airhead? Nein. Weil die kamen eine Minute eher runter da an dem Compound, wo unsere gar nicht steht. Die 7 Vorräte wurden entfernt. Mg auf Ping oben. Mein Infanterie-Marker, Feindliche Infanterie. Würde die Key-Position einnehmen. Der 7 wurde entfernt, die Vorräte? Okay. Das war eine Frage. Wurden die entfernt? Achso, ja. Ich weiß es nicht. Ich habe sie nicht entfernt. Ich habe keine gesehen. Ghani ist hot auf E6. Ja, bin unterwegs. Pö, macht bitte die Wege zu bei BQ. Okay, wurde direkt weggeschossen an der Ghani E6. Von der Ghani E6. Von der Ghani E6. Von der Ghani E6. Ist gespiegelt. Kannste runternehmen. Naja, ich schaff es aber nicht rechtzeitig. Es kommt halt nicht die Vorräte an. Duck-Out runter direkt. Schaut mal hoch bitte. Duck-Out. Duck voll die Infanterie 1. Oh, ich laufe dahin zu den Vorräten. Ja, super. Ich bräuchte mal in BQ dann bitte ein... Oh, fuck. Du feiern? Ja, bitte. Moment. Red song gar nicht stehen. Leute, hier unten. Wir brauchen eine neue Ghani-Plays. Ghani-Plays-Marker. Achtung, Infanterie bei E-Battery. Äh, die Arte schießt wieder von denen. Dieser Tank muss da weg. Wo ist es denn einer? Wo ist es denn einer? Der Knipsiger bewegt sich jetzt hier von einem Tankmark Richtung äh, Südosten. Die sind beide am linken Rand. Ja. Wie wollen die denn hier herkommen? Die sind sehr optimistisch. Ja. Ich nehme jetzt einen ATler. Äh, Exo. Das müssen wir mal was. So. Oh. Was müssen wir jetzt noch machen? Das ist ja noch ein Tankmark, etwa. Ich verblut, Clay. Ja, aber ich bin ziemlich weit weg von dir. Aber halt, gib mir mal ein Verband. Ja, Leute. Hier fehlt auf jeden Fall die Straße. Die müsst ihr dicht machen. Defend-Marker. An die Defense. Die Straße ist komplett offen. Ich bin unterwegs. Trotz dicht müsste Ghani raus. Ja, dann kriegen wir auch dicht rein. Ja, Aufklärer kommt rüber. Ghani-Team-Limit reached. Hinter uns. Die George Outpost ist heiß. Und die C7 ist heiß. Ja, streit mal rum. Hab eine abgebaut. Ihr seht, wo die Feinde herkommen, Leute. Defend-Äh, Observer-Mark. No, gar nicht hinter uns. Ist heiß, ja. Für, für deine Artie. Jo, jo, jo. Ist blockiert. Ich lauf da mal hin. Äh, 5. Ich hab mein OP nach vorne gezogen. Ich hab sie vorne weggeschossen. Wir müssen gleich aufrücken. In den nächsten Spot defen. Wir gehen gleich schon mal. Leicht nach vorne. Wunderbar, gar nicht hochziehen, Leute. Okay. Die sind noch in diesem Garten verteilt. Ja, deswegen. Keiner geht vor, Leute. Wenn, wenn du die SLs. Der Rest empfinde. Geht erst mal bitte. Ich war Roger-Board. Ne Ghani im Punkt. Mein zu klarer kommt. Ghani. Ja, ist nicht so schlimm. 30 Sekunden braucht du das. Wie gesagt. Nicht alle nach vorne jetzt bitte. Ich werfe noch ein paar Granaten drauf. Ja, passt. 30 Sekunden. Jake, eine Infatrix. Auf meinen Ghani-Placemarker bitte ne Ghani umziehen für. Habe. Ghani steht im Punkt. Ghani steht im Punkt. Ja, einen habe ich hier auf dem Feld. Gott ist clear. Geht vorne mit rein. Versetzt euch. Geht mit in die Ghani bei C4 rein. Ihr müsst jetzt hier hinten mehr. Lasst jetzt hier hinten vergehen. Wenn sie in die Ghani davon wollen, sollen sie es machen. Hau Tankmark. Das ist ein 75er. 75er. Hau Tankmark. meiner leiche ist noch einer ist gespiegelt ist glaube ich habe nicht das was wir uns auf roger wir haben ein Panzer auf Negat ping wir haben vereinzelte Infanteristen an Kettleschatz ich baue jetzt eine Garni ab, könnte eine neue hochziehen wo waren die? in der Ecke Traa bitte nach hinten, Traa hier Spitzkatz macht schon alles gut, alles gut Jo ich baue die nächste ab, kein Moment Ungefähr zwölf Sekunden Lucky, dann ist er weg Mach die Marker gleich weg Was ist auf dem Defense Marker da hinten? Ich Da hinten wurde die Garni abfüllen Ich gucke euch nach vorne drauf Machst du das hinten? Ja ja Sollten wir es widerlegt Ja Garni ist weg, glaub ich Wir können es auch fest So Haben wir schon? Nach vorne Ja also mindestens Precord bitte Ja mindestens Precord Zwei Tanks vorne Ein weiter rechts Ich brauche immer noch eine Garni Boys Hier Garni Place Marker Da kann sie nicht bauen, das ist mit dem Kompau drin Das ist mit dem Hof drin, da geht nichts Alles klar Alles klar Hermann auf Ping Aber bei der Flanke fehlt mir auf jeden Fall noch was Der war gerade auf Ping, war gerade ein Gegner Ich weiß nicht ob der Leine war Die Garni So dass sich das mit dem Meter ausgeht Ja da ist noch ein Panzer Auf Abel ist noch ein Sherman Ich brauche ich beim Outpost jetzt mal so fleiß Aber noch nicht legen Schau ist gleich ein Bombing Run rüber Er ist auftirer dann Bombing Run im letzten Cap Anglos Garni wurde zerstört Gut So der Der auftirer kommt Auf E3 oder E2 Achtung Lux, der 76er kriegt Blick auf euch wenn ihr weiter fahrt So wunderbar sind die Feinde Ich hau den Bomber rüber So Bomber kommt, bitte aufpassen JToms Ihr seht wo der Bomber kommt Ihr müsst nur den Osten vom Cap nehmen Äh Killer Belachtung und dann richtig versetzen oder Ja Schau mal gucken Wenn du den Black schon 30 Sekunden nicht erschossen wirst Versetz dich bitte Okay Rücken oder Ja ja Rücken Ja wunderbar Schau raus Ich bin nach dort raus Leute Falls wir da kommen Grundsätzlich eh vorrücken Ich mach dir die Probleme Ich stehe an die Tank Kannst du den mal spiegeln bitte Also wir Captains holen Ihr könnt euch den Vorschlag mal rausholen Panzer Mike Marker Ja der ist schon Also ich mein Mike Marker Der Panzer ist schon 12 mal gespiegelt Aber ich hab ihn auch nochmal gespiegelt Ja alles klar 76er auf Prep Komm Leute rückt nach Zieht eure Squads nach Wir finischen das Ding Ja gut ich versetz mich Warte Warte Er hat Er kommt im Süden des Caps Unsere ATTACK gar nichts recht 67er AV Tenmark kommt rein Ja bau den nach vorne neu auf Negatoren mit den Legami links Bau den hin Ganzer Mike Marker Das war eine Nullnummer hier Super Im Outpost Der auf Ping war noch welche Ich hab zwei Leute gekippt Komm drück da schön rein Da drück raus Guck mal was 4-4 Defend Marker auch rausdrücken Tray Nein Nein Ich weiß Weil ich immer mit Panzern Und die Art die finde Hier Ein paar mal versetzen Ne Der zählt nicht ja mit Ey Soll ich direkt am Outpost Ich drops jetzt einfach mal Dann sind sie gelegt Ja Kipp zu punkten oder was dann Ja Ja dann kann Noch mal zur Not einer dahinter was bauen Yo let's GG boys Ja B Ist eh vorbei Ne ne die haben kurz contested Take care Haha Der Pyre hatte noch Ne ne die haben kurz contested Take care Ja Ja take care oh die contesten Oh my god 3 zu 6 Alter ist doch scheiße langweilig Äh ich hab 13 Kills für noch Minus Minus warmup 22 Minuten Wenn ihr ihn合 Kakker Ja Ja Das Geh Master 4 U 4 5